Zur Messung der Temperatur oder Luftfeuchtigkeit im Terrarium bietet ExoTerra Messgeräte an. Die digitalen Präzisionsmessgeräte sind mit einem einzigartigen Fernsensor ausgestattet, speichern den höchsten und niedrigsten Wert und sind mit einem einzigen Knopf programmierbar. Alle Geräte passen in die praktische Aussparungsnut der ExoTerra Compact-Top und Dual-Top-Abdeckungen. Weitere Informationen finden Sie auch unter www.exo-terra.com. Premium Service für Ihre Hagen-Produkte bekommen Sie unter www.hagenservice.de Eine einzigartige Plattform mit besonderem Service für Ersatzteile bei Garantiefällen oder Reparaturen und vielen anderen Leistungen.